Sind Sie neugierig und möchten gerne mehr über den Islam erfahren? Haben Sie Fragen über den Islam? Möchten Sie wissen, ob der Islam wirklich so ist, wie er in den Medien dargestellt wird? Chatten Sie mit 80 qualifizierten Studenten der Islamwissenschaft. Darunter mehr als 20 Nationalitäten, vertreten 15 Sprachen. 3 Jahre Planung. 100 Stunden Ausbildung. www.chat-islam-online.org Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Chat besuchen würden. In deutscher Sprache finden Sie uns direkt unter der eingeblendeten Domain. Ihr Team von Chat Islam Online